Fast die Hälfte der Strecken haben wir im Timetravel geschafft Jetzt kommt N64 Yoshi Valley Ist eine interessante Strecke, auf jeden Fall Kann man mal machen Man sollte die Gucken jedoch sehr schnittig Das war so klar, dass es weh tut Und Was passiert aber auch jedes Mal? Das war nett Auf dem Ziel Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal